Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Kurses Hilbertraumtheorie. Wir fangen heute mit dem Einstieg an, den ich in der Präsentation schon so ein bisschen umrissen habe, nämlich wir fangen ganz von vorne an und definieren uns erstmal, was Skalarprodukte sind, weil die sind für Hilberträume irgendwie logischerweise relativ wichtig. Und dann ziehen wir als erstes zwei kleine Grundregeln raus, nämlich aber die binomische Formel für Skalarprodukte. Und wie auch schon angesprochen, die schwarzische Ungleichung. Das ist auch so der Scope des ersten Videos. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar mit der allerersten Definition. Das ist jetzt einfach ein Skalarprodukt. Und zwar brauchen wir dazu erstmal nur einen Vektorraum. Und wir schränken uns im Rahmen dieses Kurses ein, indem wir den Körper wie immer entweder aus den reellen Zahlen oder den komplexen Zahlen wählen. Das ist halt etwas, was wir jetzt hier im Rahmen der Funktionalanalyse-Kurse wahrscheinlich schon häufiger mitbekommen haben und schränkt uns erstmal auch nicht wesentlich in der Theorie ein. So, dann nennen wir eine Abbildung Punkt, Punkt mit so spitzen Klammern, die aus dem Kreuzprodukt von H mit sich selber in den Körper K schießt. Die nennen wir ein Halbskalar-Produkt. Also wir fangen hier ein bisschen tiefer an als mit Skalarprodukt, wenn wir noch ein bisschen allgemeinere Sachen definieren. Falls folgendes gilt. Erstens, wir haben so eine Linearität, also eine gewisse, nämlich im ersten Argument linear, im zweiten Argument semilinear. Das heißt, wir können das folgendermaßen aufschreiben. Für alle Skalare Alpha Beta aus K und für alle Vektoren x, x1, x2, y, y1, y2 aus H gelten. Jetzt kommen zwei Formeln, nämlich einmal, wie gesagt, die Linearität im ersten Argument. Das heißt, wir haben Alpha x1 plus x2 im Skalarprodukt mit y ist das gleiche wie Alpha x1, y plus x2, y. Und, das ist die Semilinearität im zweiten Argument, wir haben x im Skalarprodukt mit Beta y1 plus y2 ist gleich. Beta quer x, y1 plus x, y2. Wir sehen insbesondere in dem Fall, dass wir hier reellwertigend unterwegs sind, ist das einfach Linearität im zweiten Argument. Aber im Komplexwertigen müssen wir hier eine komplexe Konjugation durchführen. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, dass wir so eine gewisse Symmetrie haben. Und zwar für alle x, y aus H soll gelten, dass das Skalarprodukt von x und y das gleiche ist wie das Skalarprodukt von y und x, allerdings komplex konjugiert. Das heißt auch hier wieder, im Fall, dass k gleich R ist, ist das wirklich einfach eine Symmetrie. Ansonsten müssen wir einmal noch komplex drüber konjugieren. Und dann fordern wir noch eine Positivität. Und zwar für alle x in H soll gelten, x, x, also x im Skalarprodukt mit sich selber, soll bitte größer gleich 0 sein. Das ist eine Forderung, die können wir jetzt hier unabhängig formulieren von k aus R oder C. Wir müssen nur bedenken, wenn wir ein Skalarprodukt eines Vektors mit sich selber bilden, ist das in jedem Fall eine reellwertige Zahl, weil sonst können wir hier nicht größer gleich 0 hinschreiben. Also das sind die Bedingungen, die wir stellen an ein Halbskalarprodukt. Und wenn jetzt zusätzlich noch gilt, dass x, x größer 0 ist für alle x ungleich 0, dann heißt diese Abbildung oder dieses Halbskalarprodukt definiert. Und ein Skalarprodukt ist dann einfach ein definites Halbskalarprodukt. Dann müssen wir ja immer das zusätzlich schreien, weil sonst haben wir hier schon zu viel definiert. So, machen wir hier so einen Knoten ins Heft. Da muss ich dann auch mal im Skript was anpassen. Das ist aber nicht so schlimm. Gut, das heißt, was wir jetzt noch eben hinschreiben müssen, ist, was wir gerade gesagt haben. Das Ding heißt, ist ein Skalarprodukt. Eben genau dann, wenn diese Abbildung Halbskalarprodukt und definiert ist. Und wenn wir dann so ein Skalarprodukt auf h haben, dann nennen wir das Tupel h zusammen mit diesem Skalarprodukt. Nennen wir ein Innenproduktraum. Dem fehlt jetzt zum Hilbertraum quasi nur noch die Norm, die durch das Skalarprodukt induziert wird und dann vollständig ist. So, da wurde ich kurz angerufen. Deswegen ganz kurz erkannt. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten einen Innenproduktraum definiert, nämlich dann, wenn wir quasi einen Vektorraum nehmen, der zusammen oder auf dem ein Skalarprodukt definiert ist. Das nennen wir ein Innenproduktraum. Kurz noch zur Notation. Es kommt manchmal vor, dass wir dann irgendwann mit mehreren Hilberträumen oder mehreren Innenprodukträumen hin und her schießen. Man kann das hier auch noch klar machen, dass das Skalarprodukt auf h ist, indem man einfach hier unten so ein Index h kreuz h dazu packt. Das werden wir in der Notation immer mal nutzen, dann, wenn es halt so Klärung der Notation sinnvoll ist. Ansonsten finde ich das ein bisschen überbordend. Es ergibt aber super viel Sinn, das zu tun, wenn man anfängt, mit dualen Produkten zu arbeiten oder dualen Klammern zu arbeiten. Weil in dem Moment, das werden wir jetzt hier nicht so direkt tun, ich möchte es nur als Motivation nehmen, ist es sehr wichtig zu trennen, wann ist etwas eine duale Klammer, weil die wird dann nämlich einfach so geschrieben und wann ist es ein Skalarprodukt. Und gerade wenn ihr mal so in den FEM-Kontext geguckt habt oder irgendwie sowas in der Richtung gemacht habt, da kommt das halt häufiger mal vor, dass man da trennen muss und deswegen möchte ich das hier einfach gesagt haben. Aber das wird uns jetzt erstmal nicht so hart tangieren. Genau, jetzt wissen wir, was ein Skalarprodukt ist. Super, alle wieder auf dem gleichen Stand. Das ist jetzt alles noch relativ wiederholungslastig gerade. Jetzt ziehen wir uns erstmal so zwei grundlegende Rechenregeln raus, bevor wir dann eben die Hilbert-Räume definieren. Und das Erste ist, wie ich das gerade schon angekündigt habe, eben die binomische Formel für Skalarprodukte. Und dafür nehmen wir uns einen Innenproduktraum. Ich werde das rigoros abkürzen mit IPR. Und wir nehmen uns zwei Vektoren X und Y aus H. Und jetzt gucken wir uns mal zur Motivation an, wie sähe denn jetzt so eine normale binomische Formel aus. Die würde ja irgendwie sowas hier ausklamüsern. Übrigens, falls euch die Abkürzungen auf den Sack gehen, ihr könnt ins Skript gucken. Da steht es in schönem Deutsch drin. Ich habe nur keine Lust, das abzuschreiben. Weil, ist halt mündlicher Vortrag, der läuft anders als eine Genta. So, das heißt, wir werden jetzt irgendwie eine Struktur erwarten, dass man irgendwas mit sich selbst multipliziert. Das könnte darauf hindeuten, dass man Skalarprodukte mit sich selber nimmt. Und dann halt irgendwie so eine analoge Form hiervon erwarten. Wobei man halt die Multiplikation mit Skalarprodukten ersetzen wird. Und genau so ist es auch gedacht. Nämlich, wir haben, dass das Skalarprodukt von x plus y mit sich selber das gleiche ist wie das Skalarprodukt von x plus. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt zweimal ein Realteil. x und y. Und dann kommt das Skalarprodukt von y mit sich selber. So, warum müssen wir aufpassen? Um überhaupt mal zu motivieren. Das wird sich gleich in der Rechnung komplett rausgehen. Aber das Ding ist ein Skalarprodukt. Das heißt, das hier ist eine Zahl, die ist größer 0. Und zumindest mal größer gleich 0. Das heißt, das ist was Reelles. Wenn ich jetzt hier den Realteil weglasse, kann ich nicht garantieren, dass das real ist. Weil x und y selber können ja, wenn k gleich c ist, halt auch komplexwertige Werte annehmen. Dementsprechend ist das hier sinnvoll, um allein sicherzustellen, dass das beides reelle Zahlen bleibt. Und wie gesagt, wir werden gleich in der Rechnung sofort sehen, wo dieser Realteil herkommt. Und dass er im Prinzip auch wieder nur für den Fall k gleich c überhaupt interessant ist. Das ist aber auch irgendwie logisch. So, beweisen wir das doch mal. Wir rechnen das jetzt einmal für k gleich c. Danach schauen wir uns an, an welchen Stellen wir bei k gleich r einfacher rechnen können. Aber prinzipiell ist das alles der gleiche Rechenaufwand. Das heißt, wir fangen mal an mit x plus y und x plus y und ziehen das zunächst mal auseinander mit der Linearität im ersten Argument. Das heißt, wir kriegen hier x, x plus y plus y mit x plus y. Das ist einfach Linearität, erstes Argument ausgenutzt. So, jetzt können wir hier diese Dinger noch mal weiter auseinanderziehen, indem wir einfach die Remilinearität im zweiten Argument sozusagen ausnutzen. und halt 1 komplex konjugieren zu 1. Das heißt, das ist hier an der Stelle jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, aber letzten Endes ist es die Semilinearität im zweiten Argument. Die macht ja aus dem ersten ein x, x plus ein x, y und aus dem zweiten macht ihr ein y, x und ein y, y. Das ist Semilinearität, zweites Argument und der Fakt, dass 1 komplex konjugiert eben gerade 1 ist. Was wir hier letzten Endes machen, ist, wir ziehen eine 1 raus und eine 1 komplex konjugiert ist dann eben entsprechend weiterhin eine 1. So, und jetzt benutzen wir die Symmetrie oder diese Antisymmetrie, je nachdem wie ihr es lesen wollt. Auf jeden Fall benutzen wir diesen Punkt 2 von dem Halbskalarprodukt, dass wenn ich die Reihenfolge der Skalarprodukt-Dinger ändere oder umdrehe, dass ich dann eben entsprechend die Einträge ändern darf und ein Konjugationszeichen drüber packe. Das heißt, wir kommen hier raus bei x, x plus, das lassen wir stehen, weil wir wollen ja auch so eine Form raus, die irgendwie x, y im Skalarprodukt da stehen hat. Die drehen wir. Durch das Drehen, weil wir in k gleich c sind, müssen wir die Konjugation drüber abziehen und das lassen wir einfach stehen. Das ist einfach Halbskalarprodukt zweitens. So, und jetzt müssen wir uns einfach nur überlegen, z plus z quer für eine komplexe Zahl. Und das ist halt relativ simpel zu tun. Das machen wir jetzt als kleine Nebenrechnung. Wenn wir irgendwie z aus c nehmen und das irgendwie mal darstellen als x plus i, y, dann wissen wir, wenn wir z plus z quer rechnen, dann ist das nichts anderes als x plus i, y. Das ist z. Und dann z quer. Z quer ist aber einfach die Spiegelung an der reellen Achse. Das ist x minus i, y. Das heißt, hier bleibt 2x stehen. x ist aber gerade der Realteil von z. Das heißt, z plus z quer ist in jedem Fall immer der Realteil von z verdoppelt. Das heißt, mit dieser Nebenrechnung können wir hier die beiden zusammenfassen zu eben zweimal dem Realteil. Unser z ist eben gerade das Skalarprodukt von x und y. Und dann kommt hier eben das Skalarprodukt von y mit sich selber drauf. Und die Begründung hierfür ist eben diese Nebenrechnung daneben. Das ist jetzt also tatsächlich alles noch nicht so weltbewegend, aber einfach mal, um es gesehen zu haben und so ein bisschen mit dieser Definition zurecht zu kommen, vielleicht auch gar nicht falsch einfach mal als Einschub zu machen. Gut, das heißt, wir haben jetzt diese binomische Formel, die kommt immer mal wieder so nebenbei vor. Die hat jetzt keine prädestinierte oder exponierte Rolle, aber das ist einfach wichtig, um ein bisschen mit Skalarprodukt rechnen zu können. Jetzt wollen wir uns die erste, doch ein bisschen wichtigere Rechenregel angucken. Das ist die schwarzische Ungleichung. Die werden wir nämlich brauchen, um sagen zu können, ja, was passiert denn eigentlich oder warum ist diese Norm, die durch das Skalarprodukt induziert wird, wirklich eine Norm? Dafür braucht man halt die schwarzische Ungleichung. Und das brauchen wir dann insbesondere, um halt überhaupt definieren zu können, was ein Hilbertraum ist. Also das ist halt jetzt so der erste Punkt, warum wir das tun. Und jetzt formulieren wir das Ding erstmal. Wir nehmen uns wieder so ein Innenproduktraum h mit einem Skalarprodukt da drauf. Und wir nehmen uns xy aus h als Vektoren. Und dann gilt, wenn ich mir den Betrag angucke, des Skalarprodukts von xy und den quadriere, dann ist das kleiner gleich, als wenn ich das Skalarprodukt von x mit sich selbst nehme, mal das Skalarprodukt von y mit sich selbst. Also, ich sag's mal so, die sollte jetzt nicht neu sein eigentlich, weil die haben wir bestimmt schon mal irgendwo hingeschrieben. Insbesondere hat das eine sehr, sehr große Ähnlichkeit zur Hölder-Ungleichung, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Aber dementsprechend ist halt hier der Beweis jetzt gleich so ein bisschen fummeliger, weil wir halt einfach noch nicht auf diese ganzen Apparat zurückgreifen werden. Ich wollte eigentlich noch gesagt haben, bevor wir es vergessen, was hier oben für k gleich r anders läuft. Genau, wenn wir k gleich r haben, dann können wir hier alles genau so rechnen, brauchen hier nur nicht konjugieren und können sofort zusammenfassen. Und der Realteil ist bei einer reellen Zahl ja sowieso die Zahl selber. Dementsprechend ist das exakt die gleiche Rechnung, die da aufgemacht wird. So, auch hier machen wir nämlich wieder das Gleiche. Deswegen komme ich nämlich gerade drauf. Wir beweisen das für k gleich c und für k gleich r verläuft der Beweis analog. Also da ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Fleisch drin. So, was wir jetzt machen, ist, wir machen erstmal eine Fallunterscheidung, ob unser Vektor 0 ist oder nicht, den wir da ins Skalarprodukt hinten reinpacken, also das y. So, wenn y gleich 0 ist, dann kann man sich relativ leicht überlegen, dass diese Ungleichung dann gilt, weil dann steht da 0 kleiner gleich 0. So, also ist y gleich 0, so gilt offensichtlich. Ich habe sie, glaube ich, 1, 2 genannt, weil sie im Skript die Nummer 1, 2 hat. Dann machen wir das hier auch. Das bezieht sich halt auf diesen Teil hier. So, also wenn das y gleich 0 ist, dann können wir 1, 2 so einfach hinschreiben. Der Sinn, warum wir hier überhaupt eine Fallunterscheidung nach y gleich 0 oder ungleich 0 machen, ist, wir wollen jetzt gleich dividieren und zwar durch das Skalarprodukt von y mit sich selbst, damit wir das hinschreiben dürfen, müssen wir halt y ungleich 0 voraussetzen, weil durch die Definitheit eben für alle y ungleich 0 geklärt ist, dass y im Skalarprodukt mit sich selber dann auch ungleich 0 ist. So, das heißt, sei nun y ungleich 0 und dann können wir für alle Alpha aus c, ja, Alpha aus c wählen wir hier deshalb, weil wir eben gerade in dem Fall k gleich c rechnen, können wir dann folgende Abschätzung treffen. Wir können zunächst mal die positive Definitheit oder die Definitheit des Skalarprodukts ausnutzen und so eine Abschätzung machen, wenn wir sagen, 0 ist definitiv kleiner gleich als das Skalarprodukt von x minus Alpha y mit sich selber. Dann können wir hier die Semilinearität im zweiten Argument ausnutzen und dieses Skalarprodukt hier eben aufteilen in x minus Alpha y mit x minus und jetzt müssen wir tatsächlich mal hier das Alpha beim Rausziehen konjugieren, weil wir jetzt hier eben nicht mehr wie gerade argumentieren können, dass das unverändert bleibt, weil wir hier nämlich tatsächlich ein komplexes Alpha zulassen. Das heißt, dann steht hier dieser Ausdruck. Also hier ist einfach die Definitheit. Hier ist einfach die Semilinearität wieder gefragt. Ich versuche das einfach immer jetzt am Anfang um das so ein bisschen genau aufzudröseln, was wir hier tun, damit man einfach so ein bisschen mit den Definitionen klarkommt. Und jetzt können wir weiter diese beiden Skalarprodukte hier auflösen mit der Linearität im ersten Argument. Das heißt, das hier ist das gleiche wie x im Skalarprodukt mit x minus Alpha mal das Skalarprodukt von yx minus Alpha quer mal x,y plus den Betrag von Alpha zum Quadrat y,y. Wobei hier hinten eben dieser Betrag Alpha Quadrat zustande kommt, weil wir hier noch ein Alpha rausziehen und Alpha mal Alpha quer, das ist wieder so eine Nebenrechnung, wenn wir irgendwelche komplexen Zahlen dieser Bauart miteinander verbauen, dann haben wir halt x plus iy xy mal x minus iy, das ergibt ein x Quadrat plus x iy minus ixy minus i Quadrat y Quadrat. Die Dinger canceln sich raus. Ein minus i Quadrat ist ein Plus. Und x Quadrat plus y Quadrat ist aber gerade der Betrag von z zum Quadrat. Deswegen können wir hier unten deswegen können wir dann hier unten eben bei diesem Alpha das Ganze zu einem Betrag Alpha Quadrat machen. So. Und jetzt kommt der Trick eigentlich. Jetzt wählen wir das Alpha speziell. Also diese Abschätzung, die hier steht, 0 kleiner gleich dem, gilt für alle Alpha aus C. Jetzt wählen wir uns ein spezielles. Und zwar wählen wir speziell Alpha als sozusagen das skalierte Skalarprodukt von x, y und zwar skaliert nach dem Skalarprodukt von y mit sich selber, von dem wir jetzt ja wissen, dass es ungleich 0 ist, weil unser y ungleich 0 war. Dementsprechend dürfen wir hierdurch teilen. Und damit gilt jetzt folgendes. Und jetzt müssen wir einfach erstmal überall dieses Alpha durch dieses spezielle Alpha ersetzen und halt erstmal gucken, was da so passiert. Wir sehen natürlich zunächst mal, an dem x, x ändert das gar nichts. Hier setzen wir einfach das Alpha ein. Ich mache mal so einen Kasten drum, was jetzt hier wirklich das Alpha ist. Hier setzen wir es einfach ein. Hier müssen wir es einsetzen und komplex konjugieren. Das heißt, hier kommt jetzt noch so ein das Griech über alles drüber und dann bleibt hinten das x, y stehen. Und hier müssen wir den Betrag davon nehmen. Den quadrieren mal y, y, das heißt, hier steckt es in dem Betrag. Das ist jetzt aber einfach erstmal nur ersetzt und nichts damit gemacht. Jetzt können wir das ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir erstmal sagen, okay, an dem x, x hat sich weiterhin nichts geändert. Das kann ich einfach auf einen Nenner bringen. Ich muss gerade mal kurz gucken. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Querstrich verloren gegangen bei mir im Skript. Ja, machen wir das ja erstmal schrittweise. Also, wir haben erstmal ein Minus. Jetzt bringen wir auf einen Bruchstrich und so, wie es aussieht. Ja, genau. Wir drehen hier drin einmal um. Müssen dann einmal über die ganze Klammer hier, x, y, die Konjugation packen. Und hier haben wir die Konjugation auf die beiden Teilbereiche. Das heißt, hier müssen wir jetzt anwenden, dass z1 durch z2 komplex konjugiert. Das gleiche ist wie z1 konjugiert durch z2 konjugiert. Und wir wissen aber auch, dass y im Skalarprodukt mit sich selber eine reelle Zahl ist. Das heißt, wenn ich das konjugiere, dann kommt es wieder selber raus. Das heißt, wir benutzen jetzt hier noch weiter, dass y im Skalarprodukt mit sich selber ja, als, wenn ich das jetzt hier quasi komplex konjugiere, dann kann ich es auch weglassen. Das heißt, hier steht dann als Bruch x, y komplex konjugiert. Dann kommt ein x, y dazu. Und dann muss das Ganze noch durch y, y geteilt werden. So. Und jetzt kommt dazu, plus, und das lassen wir erstmal einfach stehen, x, y durch y, y Quadrat mal dieses y, y. So. Und jetzt können wir das Ganze wieder zurück riemeln, indem wir halt einfach sagen, ja gut, das können wir ja alles wieder in, im Englischen würde man sagen, in Terms of, also in Relation zu Alpha schreiben. Das heißt, wir ersetzen jetzt hier ganz viele Sachen wieder durch Alpha und Alpha quer und dadurch fallen Terme ineinander zusammen. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Denn das hier ist x, x. Da bleibt erstmal genau so stehen. Was jetzt hier steht, ist ja im Prinzip Alpha mal Alpha quer. Jetzt haben wir aber hier unten ein y, y zu viel. Das heißt, das müssen wir oben wieder rausdividieren. Das heißt, wir sind an der Stelle hier so unterwegs. Hier genauso, nur hier haben wir ein Alpha quer mal Alpha. Das ist uns aber relativ egal. Aber wir müssen auch wieder mit y, y durchmultiplizieren, weil sonst haben wir eins zu viel erwischt. Na ja, und hier hinten haben wir ja im Prinzip einfach gar nichts gemacht. Hier haben wir einfach nur Alpha eingesetzt, obwohl es eigentlich nicht nötig war. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, und jetzt kommt hier wieder so ein Trick zum greifen. Alpha Alpha quer plus, ja, minus, ja, minus Alpha Alpha quer minus Alpha quer Alpha ist halt wieder das gleiche wie minus zweimal der Betrag von Alpha. Na, weil was da steht, das ist im Prinzip gleiche Rechnung wie vorher. wir haben jetzt da Alpha Alpha quer plus Alpha quer Alpha Alpha stehen. Das ist aber nichts anderes als zweimal Alpha Alpha quer. Das ist aber zweimal der Betrag von Alpha ins Quadrat. Das ist das, was wir hier oben gerade schon durchgerechnet haben, nur halt jetzt mit H2 davor. Das heißt, wenn wir das hier einsetzen, dann ist hier das gleiche wie x, x. Jetzt kommen minus 2 Betrag Alpha Quadrat y, y und dann plus ein Alpha Quadrat mal y, y. Und jetzt sehen wir, warum wir den ganzen Spaß gemacht haben. Wir können jetzt hier diese Alphas miteinander verrechnen. Das heißt, was hier steht, ist im Prinzip nur minus Alpha Quadrat mal y, y. Das heißt, wenn wir das jetzt auf die andere Seite bringen, dann können wir hier schreiben, Betrag Alpha Quadrat mal y, y ist kleiner gleich. als x, x. So. Jetzt wissen wir aber, wie das Alpha aussieht, denn wir sind ja immer noch in dem Fall, dass wir hier das spezielle Alpha stehen haben. Das heißt, wir können hier hingehen und sagen, das ist der Betrag von x, y ins Quadrat durch, ja, den Betrag von y, y. Das ist aber reell, weil das ist ja die Definitheit des Skalarprodukts ins Quadrat. Dann haben wir hier aber noch so ein y, y dran stehen. Und das ist insgesamt kleiner gleich als x, x. Und hier benutzen wir einfach nur Alpha ist halt gerade definiert, also dieses xy durch yy. Dann lösen wir den Betrag auf, indem wir nur auf Zähler und Nenner verteilen und benutzen eben die Tatsache, dass y im Skalarprodukt mit sich selber reell ist. Ja, und was wir jetzt machen ist, wir können hier halt eins dieser yy rausschmeißen und dann einfach stumpf einmal mit dem yy durch multiplizieren. Und siehe da, da steht genau das, was wir zeigen wollten. Und damit sind wir an dieser Stelle fertig. Ja, also vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen tricky der Beweis, aber vielleicht auch nochmal eine gute Wiederholung, einfach um so ein bisschen reinzukommen mit der Definition und wie man mit komplexen Zahlen rechnet. Das ist nämlich immer eine gute Wiederholung. Das heißt, um das nochmal zu rekapitulieren, was haben wir gemacht? Wir haben den Fall y gleich 0 ausgeschlossen. Warum? Damit wir das Alpha hier so definieren dürfen gleich. Dann haben wir begründet, wir haben so eine ungleiche 0 kleiner gleich irgendwas für beliebige skalare Alpha in c. Dann haben wir Alpha speziell so gewählt, was wir dann dürfen im Fall y gleich 0. Und damit haben wir dann, indem wir in diese Ungleichung hier dieses spezielle Alpha eingesetzt haben, durch elementare Umrechnung und hinterher durch elementare Umformung exakt diese Ungleichung erhalten, die dann halt für uns relevant ist, nämlich diese schwarzische Ungleichung. Gut, damit sind wir für diese erste Folge fertig. Nächstes Mal geht es dann weiter mit Hilberträumen und was genau jetzt ein Innenproduktraum zu einem Hilbertraum macht. Und dann werden wir uns Beispiele für Hilberträume angucken, die wir schon kennen. Da sind tatsächlich schon relativ viele, die wir aus den vorherigen Kursen eben motivieren können. Ich bedanke mich sehr für eure Zuschauerschaft, genau, für euer Zusehen oder fürs Zuschauen generell. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.